Hallo ihr Lieben, ich bin Andreas. Ich möchte noch einmal einen Anlauf unternehmen und versuchen das Projekt Zigeunerwagen ins Leben zu rufen. Alle Infos stehen hier auf dem Flyer. Wenn jemand Lust hat, sich daran zu beteiligen, ist er herzlichst eingeladen. Und jetzt versuche ich noch einmal diesen Anlauf. Also, alles klar, okay und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020